2 3 habt ihr immer glückte ja bei den gleichen diese immer noch treu bei brave trifft hölf dieser ist der neid 5 das kann gar nicht schlecht sein wenn es ja der neid ist schießt wo hat jeder sein treff treff ja schon unterwegs bin hier super weißt du so ein sprung kannst du machen aber kaum ist irgendwie so ein stein im weg das macht trotzdem spaß und sich manchmal in den bäumen verbacken wieder das ding ist aber sehr gut zum wetter sammeln da soll er liegen aber also aber der schlitten ist immer noch der schnellste hier bringt er schütten nicht immer von dem ding runterfliegen wird weil so um oder kanzler hat ich habe ich immer die bäume ja weil ich halte und wahrscheinlich sagen da ist triebe mit meinem spielrechner es ruckelt auch immer ein bisschen ja weil ich wusste ob man mal schon wieder meinen laptop braucht zusammen gerade ein stein und dann schiebt er ihn rein irgendwie weil ich ja lang so gemacht als ich könnte ich weiß was sind der lag da weil ich den typen umgefahren hat in der fall hingefahren bist du ja weil ich dinge entgegen gefahren bin diese kann mir nicht passieren bist du auch brechend langsam ja aber immer ein wichtiger als wie ihr mit den dinger nach das weiß ich nur weil wir uns halt lassen hey hier ist ein mutant ja ja weiß ich habe dich gesucht auch mein gerät und das ist auch geile spiel die ureinwohner kämpfen jetzt mit dem mutanten und wer gewinnt das kann ich sagen wo müssen wir denn hin der arme mutant ist alleine da der läuft weg hey er hat nur den taktischen kommen wir jetzt mit ich bin gerade durch das feindliche lager mal gefahren ich dachte vielleicht zeige ich denen mal die folge die vorteile der super jetzt jetzt nicht steht der mir ein weg der blöde eingeborene aber nur darum wollte jetzt noch mal zu dem da wo der revolver ist oder was die bunkeranlage ja klar dann holen wir ich bin schon wo der gold platz ist ja da sind wir schon öfters jetzt gewesen ja okay ich bin es zugeben die berge gehen leichter zu fuß ich sage es blut dass das ding wegschwimmt im fluss mein golf platz ist ein grüner punkt ja da kommen wir uns treppen in seiner nähe so jetzt laufe ich auch zu fuß das ding ganz schließe alle direkt hinter dir also so war leer glaube ich ja alle ist auch wieder aufgeholt wir lassen ja nur vorsprung damit wir nicht die ganze zeit angezwungener bremse fahren müssen ich bin auch zu fuß warum das ding gerade aufmerkt jedes mal wenn du irgendwo gegenfährst mein spiel ist gerade gecrashed ja das ist auch eine gute stelle hier um zu rasten ja die frage ist wann haben wir das letzte mal gespeichert in der höhle in der höhle kommst du besser bist hier oder das ist so zum kotz tja sollen wir uns einen unterschlupf bauen wir könnten was wir noch nicht gemacht haben ist nur ein höhleding so ein baumding weißt du so ein baumhaus wir können ja ein baumhaus bauen ja das kann sein aber dann baue ich lieber für alea schnell so eine normale hütte wieso wieso alea braucht sowieso bestimmt einen halben tag bis sie hier ist du bist sie jetzt ganz weg oder was ja ja ich bin komplett abgestürzt deswegen sag ich ja lass uns ein baumhaus bauen so eine gute idee so machen wir das denn hin machen wir einfach hier das heißt die muss da überall wieder durch den ganzen fischer töten ja das heißt das ne die fischer töten wahrscheinlich nicht die werden ja nicht neu gespawnt sein vor allen dingen muss ich mich erst warten wie bin ich denn hier dann das goldene ich soll eine dreieck holen ja ich hab schlafen in die richtige richtung du brauchst auch eins ich brauche jetzt mehrere baumhäuser ja warum nicht da hängen wir in den seiten da haben wir das auch mal gezeigt ist doch nicht recht ich bin falsch rumgelaufen das ist außerdem kein baumhaus sondern diese platt oder? nein doch nicht ja ja nein ich ... reden nie omas ich los auch mich ich Ja. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das Plattform ist schon fertig. Oh, ich hab jetzt wieder die Rüstung. Oh, du hast ja gar nicht so lange gebraucht. Ja, jetzt muss ich noch die ganzen Dinger hier hochklettern. Wir haben ja gute Vorarbeit geleistet. Eben. Oh, du hast ja gar nicht so lange gebraucht. Oh, du hast ja gar nicht so lange gebraucht. Was ist denn das für ein Piss? Ja, ein dicker. Jetzt konntest du die Balken noch hochschicken und jetzt geht das nicht mehr oder was? Werte runter geht noch. Ja, runter ja. Was? Ja, kann man. Nee, kann man nicht. Ich rutsche runter. Ist das auch eine Änderung oder was? Ja, wieder mal. Ich hab das letztes Mal in einem Stream gesehen. Oh, aber ist vorbei. Oh, das ist vorbei. Ja Boeings ja das ist glaube ich genau rechtzeitig zum schlafen gehen fertig okay du kannst ja wollen die speichern hier oben aus dem bett einbauen blöd und die haste seilbahn falsch gebaut richtig wusste ja nicht dass die stämme nicht nach oben waren ja gut aber ich dachte hat sie gebaut um hier rüber zu kommen okay dann müssen wir noch ein bett bauen man kann nicht mehr speichern was brauchst du für ein bett ich suche es gerade ich finde es nur nicht ich habe eine stöcke meine ich aber bett ausstöcken rolle kleber und ja und ich brauche noch eine rolle kleber hat einer von euch eine rolle kleber ja ja verbrügelt worden also hoch muss ich dafür das bett fertig bauen jetzt kann man ja speichern so dass jetzt mit diesem bolzenschuss gerät hier noch nie gemacht ok viel 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 Juhuuu! Bisschen höher. Ja, super. Ich war es gerade an Feiern. Bleib stecken, super. Aber andersrum funktioniert es. Ist ja auch was wert, oder? Dirk, geh mal nach oben, nimm mal den Balken nach oben weg. Welchen Balken? Ja, verges. Machen wir. Ja, mach'n du mal. Macht er nicht. Macht er nicht? Macht er nicht. Will er ja nicht wegnehmen. Naja. Okay, das ist jetzt etwas frustrierend. Gucken. Ja, es gibt ja noch mehr Baumhäuser. Achso. Ich brauch' grad sagen, warum hast du den Baum stehen gelassen? Ohne Baum kein Haus. Was gibt's auch noch? So. Wir verliegen uns schon, Alea. Kein Problem. Boah, ich bin aus der Höhle raus. Boah. Calvins steht im Busch. Was ist denn? Tja. habt ihr mein fahrrad? nein. nee, kann man ja nicht haben. so, das liegt doch da bei euch. ach ja, das möchte ja da sein, wo du quasi abgestürzt bist. was ich allerdings nicht mehr weiß, wo war. so wird's gemacht. oh, kevin ist tot. legt den bitte wieder auf. der ist tot. der ist mir mein vollgefällt in den weg gehackt, in die axt gelaufen. entschuldigung. das machen wir jetzt. nix, dann haben wir jemanden nicht mehr. mal ganz ehrlich, der war eh unnütz. er war ein lebend. ja. ziemlich dumm. und leider, wirst du das spiel nie zu ende bringen, ronni. ja. weil jetzt ist kevin tot. du darf nicht tot sein. keine ahnung, ja super. jetzt hast du mich gerade super geschockt. oh, spitze ist hier angekommen. ich geh mir gerade auf die eier, die reingeboren. er ist schon tot. wenn ich die kenten habe, mal den auftrag geben und hier in einem kreis von 20 metern auf der hätte die ganzen baumhäuser wieder platt gemacht echt na ja super bei der branche nicht ja Das war's für heute. Vielen Dank. Das ist ein Schwachsinn, dass man ihn auch töten kann. Man kann ihn tatsächlich wieder reinschießen. Was? Man kann ihn wieder reinschießen. Ja, weiß ich, habe ich gerade gelesen, aber ich weiß ja nicht, wie ich in diesen Menü reinkomme, um den Buffet zu geben. Da steht in der Anleitung, steht drin und soll F1 drücken. Das tut nicht. Aber es geht auch um, du nimmst einfach einen neuen Spielstand, dann ist der Calvin da. Dann fangen wir aber alle neu in der Höhle an. Nein, so meine ich das nicht. Einen komplett neuen Spielstand. Und dann nimmst du die Calvin-Datei daraus und kopierst sie in die neue Spielstand-Datei. Ja. Mhm. Und du erklärst mir jetzt, wie ich das mache, ne? Theoretisch kann ich das. Praktisch? Weiß ich nicht, muss ich den Code sehen? Wir lernen doch noch nützliche Dinge in der Schule. Oh Gott, durch den Dunkel zu fahren ist echt unangenehm. Ah, ich bin da nicht vorbeigefahren. Stopp, stopp, stopp. Oh fuck. Heck hier. Die Eingeborenen sind wirklich da, wenn ich das drauf bin. Bitte was? Hallöchen. Unter uns ist ein Dorf. Ah, okay. Hallöchen. Armes Kälber. Ist doch selber schuld. Trotzdem. Eigentlich schon, ja. Das ist mir doch egal. Ganz schön. Alles zu kleine Baumstämme hier. Wollen wir vielleicht mal schlafen? Ja, wir bauen das noch zu Ende, oder? Ich sehe nix. Ist doch fast fertig. Ja. 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 Fertig. Jetzt will ich mal wissen, ob man da drin speichern kann. Ich bin wirklich da drinㅋ. Ohhhh. 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 Oh, danke. Was denn? Oh ist... Das macht das Ganze noch schlimmer. Ah, mit Virginia. Das war... Herzreißend. ich war es nicht ja es tut mir leid ich war es hatte spaß dabei es gibt sogar eine tür aber es ist aber es ist schon etwas schöner das andere haus hat eine tür es hat eine tür genau eine besondere tür das andere haus im dunkeln ich habe sogar eine seilbahn hier gemacht allerdings funktioniert die nur in eine richtung guck ich sehe jetzt bin ich hinten aber ich habe passiert was folgendes das hat mal geklappt das hat geklappt ok ich weiß warum fehlt jetzt hier der balken da ist egal dann esse ich schon was ich hätte ja noch gefunden wenn die das mit dem abfall gemacht hätten dass er dann überall rum liegt also so ist es ein bisschen blöd da ist da gut dann würde ich sagen schlafen wir und ich ende die folge bis dann tschüss ja wir haben zumindest ist ja auch ganz sinnvoll eigentlich wenn man